Bei ihrem Besuch in Peking macht Außenministerin Baerbock klar, dass eine gewaltvolle Wiedervereinigung Chinas mit Taiwan für Europa nicht akzeptabel sei. Und dann sollen wir als Deutschland mit China in den Krieg ziehen oder was jetzt? Also ich glaube insgesamt ist es einfach am besten, sich so weit wie möglich von der menschlichen Zivilisation zu entfernen. Das ist das einzige, was ich den Leuten raten kann, Digga. Ab in den Dschungel irgendwo und hoffen, dass es da am längsten normal bleibt. Funktionieren würden, dann würde es definitiv Deutschland treffen. Und wer muss das alles ausbaden? Nicht die Politiker, die das entscheiden. Das kann ich euch aber sagen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Love Vlog Highlights. Ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Liebe geht raus an der Stelle. Mary hat gerade Support rausgehauen. Mary, Lovehouse of the Realness. Eine von einigen mittlerweile Mädels hier im Chat. Ich liebe dich, Mary. Danke für den Support. Gang. Und zwar heißt das Video jetzt, in das wir reingehen, ist mal wieder von der guten Chrissy. Ja, ich wollte schon fast wieder gute alte Chrissy sagen, aber Chrissy ist nicht alt. Deswegen gute Chrissy. China lacht über Baerbock. Schon wieder. Sie droht China und spricht Horrorszenarien. Bin gespannt. Acht Minuten rein in den Laden. Let's go. Schwierig. Deutsche Regierung aktuell schwierig. Und nochmal. Ist das der neueste Tiefpunkt für Baerbock? Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy. Und die Frage ist... Hallo Chrissy, ich hoffe, dir geht's gut mal wieder heute. So. Weiter geht's. Ist das der neueste Tiefpunkt oder ist das eine Aneinanderreihung von Tiefpunkten in der Karriere? Wie ich eben schon sagte, deutsche Regierung aktuell sehr, sehr schwer. Also einer nach dem anderen haut da Sachen raus. Das ist echt teilweise unfassbar. Wenn du allein die drei Kollegen Habeck, Lauterbach und Baerbock reinziehst, was die so in den letzten Monaten alles verzapft und erzählt haben. Ganz schwierige Geschichte. Und geschweige denn vom guten Oberhaupt von den ganzen Jungs und JungsInnen und MädchenInnen. Der Olaf Scholz. Ist crazy. Also wir haben echt eine crazy Regierung am Start gerade. Unserer Politiker. Unserer Politiker. Ja, du weißt ganz genau, was ich damit meine. Wir verstehen dich, Chrissy. Bei diesem Artikel oder beziehungsweise diesen Aussagen, die Baerbock erst kürzlich wieder so von sich gegeben hat, stellt sich natürlich die Frage, haben... Einer sagt gerade, ich sag, das ist Absicht, dass die solche Idioten, dass da solche Idioten sitzen. Bro, das ist vielleicht ein Riesenprank, Bro. Ein Riesenprank, um weiterhin zu schauen, wie weit können wir mit den Menschen gehen so. Also, wir glauben die uns echt, wenn wir so eine Clowns da hinsetzen, die die ganze Zeit eigentlich immer nur einen Mist nach dem anderen verzapfen, dass das wirklich echte Politiker sind oder fangen Leute an aufzuwachen. Vielleicht ist es ein Riesenexperiment. Das ist ein Prank, Bro. Genau wie die NASA. Politiker überhaupt eine Ahnung von dem, was sie tun. Also in diesem Fall von der Außenpolitik. Außenpolitik. Jedenfalls schauen wir doch als allererstes mal rein. Hier spricht die Welt von Horrorszenario. Baerbock warnt vor militärischem Konflikt um Taiwan. Bei ihrem Besuch in Peking macht Außenministerin Baerbock klar, dass eine gewaltvolle Wiedervereinigung Chinas mit Taiwan für Europa nicht akzeptabel sei. Sie fürchtet vor allem die Destabilisierung der Weltwirtschaft und die Schockwelle, die daraus entstehen könnte. Und dann sollen wir als Deutschland mit China in den Krieg ziehen oder was jetzt? Die nicht daraus entsteht, weil dieser Konflikt sozusagen eintritt, sondern... Erstmal den Krieg erklären an Russland ganz gemütlich auf einer Konferenz und jetzt mal kurz China-Ansagen machen, dass wir das nicht zulassen als Europa. Starke Geschichte auf jeden Fall. Starke Geschichte. Obwohl ich mich damit nicht hinter China stellen möchte. Also ich glaube, wenn die China, was ja anscheinend in den nächsten Jahren, Jahrzehnten passieren wird, dass China die neue Weltordnung wird, dass die Amerika quasi ablöst. Also es gibt sehr viele Zeichen und Tendenzen, die da hinzeigen. Und ich glaube nicht, dass es uns wirklich besser geht, mit China an der Weltmacht. Sage ich euch ehrlich. Weil die Jungs da drüben sind auch nochmal auf einem ganz anderen Level, was Kontrolle, freie Meinungsäußerung, QR-Code-Scannen, soziales Punktesystem. Also die haben diese ganzen Sachen, die wir hier Klaus Schwab technisch in Zukunft etablieren sollen, schon etabliert. Und dann wird das Ding, glaube ich, nochmal schneller nach vorne gehen. Das wäre, glaube ich, auch keine geile Sache. Also ich glaube, insgesamt ist es einfach am besten, sich so weit wie möglich von der menschlichen Zivilisation zu entfernen. Das ist das Einzige, was ich den Leuten raten kann, Digga. Ab in den Dschungel irgendwo. Ab nach Mexiko, ab nach Afrika. Und hoffen, dass es da am längsten normal bleibt. ...daraus eintritt, weil diese Sanktionen, mit denen sie im Grunde auch China droht. Jedenfalls, Baerbock hat China vor einem militärischen Konflikt mit Taiwan gewarnt. Ich würde sogar sagen gedroht. Dies wäre ein Horrorszenario, sagte sie am Freitag in Peking. So, hier heißt es, ein Krieg würde Schockwellen senden und eine Weltwirtschaftskrise auch China und Deutschland treffen. Ja, und Deutschland, denn sie ist ja hier die Vertretung Deutschlands, müsste man meinen. Oder zumindest eben ganz Europas oder wie auch immer ihre Absichten dahingehend gehen. Die zunehmenden Spannungen in der Taiwan-Straße beobachten wir mit großer Sorge, sagt Baerbock. Quinn warf ausländischen Regierungen vor, Separatisten auf Taiwan zu unterstützen, das Teil Chinas sei. Die Regierung in Peking dulde keine Einmischung in innere Angelegenheiten. Denn du musst dir vorstellen, China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik Chinas. Das heißt, es wären innere Angelegenheiten, wohin gehend sich das Ausland einmischt. Hm, das ist eben gerade so eine Grauzone, weil Taiwan sieht sich nicht als Teil der Volksrepublik Chinas. Aber du siehst ja, oder du hast in der Vergangenheit ja auch die Einmischung von der USA sehr, sehr stark gesehen, wo Biden ganz große Töne gespuckt hat und gesagt hat, wir werden Taiwan definitiv verteidigen. Also wenn irgendetwas passiert, ist die USA definitiv. Die USA sind überall irgendwo involviert an der Stelle. Die USA haben auch gesagt, so, wir werden dafür sorgen, dass Nord Stream 2 nicht, wie sagt man, in Betrieb genommen wird. Und dann wird das Ding gesprengt, Bruder. Und dann fragt man sich, wer das war. Und westliche Medien berichten davon, dass es eventuell ein Terroranschlag von Russland gewesen sein könnte. Musst dir mal reinziehen, Alter. Crazy. Mit drin. Bereits am Donnerstag hatte Baerbock betont, dass eine Eskalation zwischen China und Taiwan auch Deutschland angehe und auf die Auswirkungen für den Welthandel verweisen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, okay, sie sagt eben, hey, mit Taiwan und so weiter, das wäre nicht so gut. Hey, mit Taiwan und so weiter, das wäre nicht so gut. Okay. Wenn sie dann sanktionieren würden, dann würde es definitiv Deutschland treffen. Ja, natürlich würde es Deutschland treffen. Alles trifft Deutschland gerade am Ende des Tages, so, ne? Diese ganzen weltpolitischen Entscheidungen packen uns am meisten ab, oder nicht, Digga? Oder fühlt sich das nur so an? Mit der ganzen Energiegeschichte, was Russland etc. angeht. Ne? Strompreise steigen extrem. Habeck setzt sich hin und im Fernsehen stellt sich hin im Fernsehen und sagt, ja, wir lassen natürlich Atomkraftwerke in Ukraine, lassen wir natürlich laufen, solange die Dinger gut laufen. Und Deutschland hat die größte Energiekrise seit langem, so, Haushalte können sich den Strom nicht mehr leisten. Und wer muss das alles ausbaden? Nicht die Politiker, die das entscheiden. Das kann ich euch aber sagen. Die haben keine Stromprobleme oder Probleme mit der Rechnung am Ende. Die fliegen mit Privatsjet nach Davos und chillen da mit Klaus Schwab. Also, das ist so die traurige Geschichte. Das ist das, was auch am meisten weh tut. Dass am Ende die Mittelschicht am meisten darunter leidet, so, die normalen Menschen. Werde ich gleich noch darauf hinausgehen. Aber, natürlich, worauf kommt sie dann sozusagen immer und dasselbe hin? Und zwar der russische Angriffskrieg. Sie sagt, rief die Führung in Peking auf, hinsichtlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ihren Einfluss auf Russland geltend zu machen. Deutschland wünsche sich, das musst du dir erst mal vorstellen, dass China auf Russland einwirkt, um eine Aggression endlich zu beenden. Ja, China hat ja auch einen Friedensplan vorgelegt, der aber dem Westen überhaupt nicht gefallen hat. Darunter eben auch Deutschland, wenn die ja als hier Marionette natürlich auch mitspielen. Also, das heißt, theoretisch hat ja China in der Hinsicht ja auch irgendwie mitgewirkt. Und jedenfalls droht sie, würde ich jetzt sagen, ja, genauso mit den Waffenlieferungen. Sie sollen sie nicht unterstützen. Und China sagt, hey, wir unterstützen doch gar nichts, ja. Da kamen ja schon, da habe ich auch ein Video daraus gemacht, dass es Lieferungen gab, Waffenlieferungen, aber eben für Zivilisten, nicht für das russische Militär. Ja, also so ganz auch wieder so eine Grauzone, wo sie sich hier bewegen. Aber sie sagen, ja, da werden wir natürlich noch besser ab sofort aufpassen, was wir da jetzt genau machen und so weiter. Ja. Warum, warum, sage ich, ist das hier ein neuer Tiefpunkt? Musst dir vorstellen, immer wieder pendeln hier Regierungsmitglieder durch die Weltgeschichte, um immer mehr Länder eigentlich gegen sich zu stellen, ja, weil sie immer wieder den Ländern im Grunde nur drohen. Also jetzt musst du dir vorstellen, jetzt bist du von einem Land stark abhängig. Und dieses Land macht irgendetwas, was dir nicht passt und sofort stichelst du dagegen. Du sanktionierst, du drohst diesem Land oder sonst was. Wenn dieses Land, wie zum Beispiel jetzt eben Russland, starke Abhängigkeit, wenn Russland sagt, ja gut, dann liefern wir eben nicht mehr. Oder wie sieht es aus, ja, durch die Nord Stream 1 Pipeline beispielsweise. Mhm, interessant. Du bist noch abhängiger, ja, stürzt grundsätzlich schon vorher durch deine Sanktionen in eine Energiekrise, schaust, dass du dich irgendwo anders wieder abhängig machst, das Volk leidet. Und was machst du dann? Du stichtest natürlich noch weiter. Und was... Ne, ja klar, macht Sinn auf jeden Fall. Und wer profitiert von der ganzen Geschichte? Hm? Wer profitiert davon? Wo holen wir jetzt unsere Energie her? Weißt du, ist einer von euch, seitdem es Nord Stream nicht mehr gibt? Wer ist Hauptenergie-Lieferant jetzt nach Deutschland? Ja? Gerade China, hier habe ich auch noch einen schönen Artikel. Abhängigkeit von China so groß wie nie. Deutschland kauft immer mehr Produkte aus China, doch die deutschen Exporte nach China steigen nur langsam. Das Industrienahe-Institut der... Einen, Yasin. ...wirtschaft hält das für eine gefährliche Entwicklung. Also du siehst, man lernt ja nicht mal was draus. Jetzt begibt man sich wieder in die nächste Abhängigkeit oder steckt in der nächsten Abhängigkeit. Und wenn man von einem Land abhängig ist, das bedeutet, dein Volk, du als Volksvertretung, musst ja für dein Volk agieren, im Optimalfall. Ich weiß, klingt jetzt sehr theoretisch, das kennt man gar nicht mehr. Aber theoretisch wäre das so. Jedenfalls müsstest du für dein Volk agieren und sagen, okay, mein Volk, ja, wirtschaftlich gesehen, ist sehr stark abhängig von China. Das heißt, wenn ich hier... 17.17 Uhr hier in Mexiko, Freunde, ich liebe euch. ...die ganze Zeit rumsanktioniere, würde mein Volk darunter leiden. Also muss ich erstens schauen, dass ich grundsätzlich, im Optimalfall, das Beste für mein Land raushole, indem ich unabhängiger werde. Unabhängiger werden, das wäre doch mal eine schöne Sache, die sich Deutschland mal ganz oben auf die Agenda schreiben könnte, finde ich. Persönlich jetzt, als ich. Unabhängig sein, eigene Entscheidungen treffen. Gucken und sagen, was tut meinem Volk gut, was tut meinem Volk nicht gut. Okay, Sanktionen, Russland, schwierig, wegen Energiesachen, bla bla, hier und da. Müssen wir mal cool bleiben, ganz kurz. Amerika, bleibt ihr auch mal ganz kurz cool, wir treffen immer noch unsere eigenen Entscheidungen. Das würde ich mir mal wünschen, so. Mal wieder jemanden, der sagt, so ey, Deutschland steht mir selber im Vordergrund. Die politischen Entscheidungen, die ich treffe, sind aus Interesse, die treffe ich aus Interesse an der Bevölkerung und an dem, wie es meinem Land am besten geht. Und nicht so, dass ich ja gute Punkte bei Amerika bekomme. Indem ich ja selbstabhängig, unabhängig bin, ja, beziehungsweise da, wo es eben Independent Vibes fühle ich, fühle den man, come on, geht, schaue, dass ich mein Risiko streue, ja, so könnte man das jetzt so nennen. Aber bei uns, die Politiker, deswegen sage ich ja, ein Tiefpunkt nach dem anderen, ich meine, da fliegt sie schon wieder hin, um dann wieder Drohungen auszusprechen, zu sagen, hey, Taiwan, gell, brauchst du ja gar nicht denken, sie sprechen von inneren Angelegenheiten. Stell dir mal vor, du gehst rein und sagst, ja, nee, das machst du nicht, gell, weil wir hier Deutschland, wir wollen das nicht, gell. Das macht's nicht, gell. Nur mal so, by the way. Sie sagen, hallo, das sind innere Angelegenheiten, da gibt es keine Einmischung. Also kann sie das gleich bleiben lassen. Und dann kommt natürlich noch das, ja, und hier mit Russland, das gefällt uns auch überhaupt nicht, was ihr hier macht. Ich meine, du bist abhängig, nur mal so, by the way. Also, ja, Außenpolitik grundsätzlich auf ganz, ganz tiefstem Niveau gerade angelangt, was gerade alles passiert. Nicht nur außenpolitisch, innenpolitisch komplett. Deutschland ganz tiefes Niveau gerade politisch. Welt, prinzipiell Taiwan spitzt sich natürlich auch zu, da hatte ich ja auch erst ein Video gemacht, die Einkreisungen, es werden ja mehr und mehr. China lacht sich tot über uns, alle lachen sich tot. Übungen gemacht, um im Grunde eigentlich nur zu warnen, ja. Man muss ja keine Kriegsaktion machen, sie könnten sich ja auch gleich ergeben, weil sie sehen, das sieht nicht gut aus. Wenn man aber natürlich einen Verbündeten wie USA im Petto hat, ja, dann könnte man da ein bisschen mutiger werden und das natürlich eskalieren lassen. Die Frage ist, was ist davon gewollt? Und ich denke, du weißt ganz genau, was hierbei gewollt ist und was nicht gewollt ist. Aber hier natürlich die absolute glorreiche Stellvertretung des... Putin verstehe, schreibt einer in den Chat. Wo kommst du her, mein Jutsch da? Alles gut bei dir? Liebe geht raus an dich, Bro. Das hat sich wieder einmal als sehr erfolgreich erwiesen, genauso wie in ganz vielen anderen Ländern, wo man natürlich nicht das eigene Land absolut blamiert hat. Ja, mehr kann man im Grunde dazu nicht sagen. Ach ja, schau auch auf meinem Zweitkanal vorbei, Chrissi Rieger. Chrissi hat auch einen Zweitkanal, meine lieben Freunde. Schaut da gerne auch vorbei. Starkes Video wieder, Chrissi. Liebe geht raus von mir an dich. Gut zusammengefasst. Und ja, was soll ich dir sagen? Man ist kaum noch überrascht, ne? Bei diesen Dingen, die da passieren. Wenn es zum Thema Baerbock geht, Habeck geht, Scholz geht, Putin verstehe den Mann, Alter. Dann ist leider aktuell, kann man schon damit rechnen, dass es auf jeden Fall in Richtung reingeht, wo man sich denkt wieder, ach du Scheiße. Was haben wir hier wieder, was haben wir hier wieder verzapft? Was haben die Kollegen denn hier wieder verzapft? Jeder Krieg ist verkehrt. So, fühle ich. Immer diese beiden verstehe er. Bro, wir sollten uns alle gegenseitig verstehen. Wenn wir uns verstehen würden, dann wäre es vielleicht auch nicht so eskaliert. Wenn wir wenigstens versuchen würden, uns zu verstehen. Aber es gibt da ganz andere Interessen, die vorne dran stehen. Es geht da nicht darum, dass man sich gegenseitig versteht oder dass man irgendwie Dinge tut, damit es Menschen besser geht. Da geht es nur um Geld und Macht.